Yo, Skrills, Rabbid-Hard Denn ERX, Unbelichtet, DreamsX Cool, ey Ey, hey, Zahnspange Hast du gerade gesagt, hat 60 Ja Vor allem, ich sage in jedem Road to Commander die falsche Zahl, gell Und dann Ja, ich habe auch gerade eben gesagt, wir sind bei Road to Commander 13 Und in Wirklichkeit waren es schon 15, Alter Ja Ups New Burner Kennst du den noch, Daniel? New Burner Der Tube jetzt, der Tube jetzt wie ein Eierkopf, Alter Ey, ähm Wir haben ja hier zwei, ne sogar drei YouTuber In der, in der Xbox Live Party Also DX Genetik, beschreib mal deine Kopfform Wie eine Wassermelone So groß, aber gebornt wie ein Ei Und dann darfst du den Irokesen nicht vergessen Ne, also wie er, wie er schon hört Auf jeden Fall ordentlich stabiles Material auf seinem Kanal zu sehen Der macht Videos, der macht Videos über, äh Über die Kopf Ich bin Haus 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 Wie heißen sie halt, ey Kopf, ach Kopf, Formen Ups, ich bin so ein Depp, Alter Ich bin so ein Depp, Alter Hast du dos Machen Ey ich glaube ich spiele da mal ohneurisch, Alter Ich kriege keinen Kill ab, ey Ne, ich spiel mit Leuten die was drauf haben Eher Extrems Da kriege ich wenigstens noch Kills es wäre mir sehr du laberst nur scheiße oder ganz ehrlich hat mir die wägen okay doch an das interessiert aber keinen youtube youtube oh mein gott ein von herrn es wäre immer stabil wenn man harry a kill macht dass ich meine new krieg Oh, Schwert getubt! Oh, mein Goooood! Oh, mein Goooood! Ja man, das sieht man dann. Erich schreit so ins Headset, Alter. Wir platzen gleich die Ohren. Jaja, hast halt ein Opfer, Headset. Ja. Boss X. Slavist. Peace day! Oh, jetzt müssten die wieder her spawnen. Alter, Verbindung vor der Winfried, Alter. Keine Down geht. Alter. Ey, was ist denn mit der Verbindung, Alter? Ey, ich kack mir... Ich kack mir gleich um den Kopf, ey. Ja, guck mal, Stefan hat einen Payflow. Du kriegst eh keinen Jupiter. Ey, wenn ich alleine spiele, bin ich echt besser. Ja, Maurice, geh halt raus. Das ist zwei von Nuke. Zwei Kills, Alter. Mach mal keine Kills. Top 10, Alter. Die ist Multi-Kills. Kein Kill mehr, kein Kill mehr, Alter. Mach deine Kills machen. Keine Kills machen. Keine Kills machen. Ey, Mann, Alter. Ich spiele echt besser, wenn ich alleine zocke, Alter. Mit weniger. Ich krieg nichts hin, ey. Ja, Endscore 16 zu 7, fast 100 plus gewonnen. Denk ich kann man lassen 6 und 2 hast du eins Aber der fette Erik muss nicht sind Ey yo Leute was geht Ich bräuchte noch 2 Leute die mitmachen Black Ops 1, XP Lobby Wer Bock hat meldet sich an mir Das heißt man kann nicht so viel zu unserem Bild Aber nur XP Lobby Ich hab grad Angebot für eine XP Lobby bekommen Was ist denn das für ein Ajax Oh ja Erik 2 in 1 würde ich mal sagen am Anfang 3 in 1? 17 in 1 Das ist normal dass er das macht You get hard with shit Ja Ich hab doch noch nacken Ich hab doch noch nacken Du kriegst auch noch nacken Alter was ist denn das für die Nachricht Ich hab doch noch nacken Niko hat er mir geschrieben Der fette Wurzone Hey I just made you This is crazy 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 This is crazy This is crazy Crazy masters Hat Newfes Fragezeichen geschrieben oder? Maurice ich hab grad deine Sprachnachricht 5 mal abgespielt Das auch jeder hört Ich hab deine Sprachnachricht Also kann ich das Also kann ich in der EU Stimmt Ich hab deine Sprachnachricht Ich hab deine Sprachnachricht War es ehrlich du hast deine Sprachnachricht Ich hab deine Sprachnachricht Haben die grad gesagt Ich hab deine Sprachnachricht Ich weiß nicht, dass ich nicht mehr in den anderen Netzwerken habe, ich weiß nicht, dass ich nicht mehr in den anderen Netzwerken habe. Ne Ne Schon lange haben wir Mit Grund Ja, ich hab keinen Chopper, du fettkörper Ich wurde gekillt Stefan hatte auch letztes mal am ersten Road to Command, er hatte da ins Mufa Hatte jemand einen Eintrittschleifer? Ich hätte Nuke gehabt, ne doch ne 23 So ein Fettsack hat mich ja gekillt Ja, ich hab keine Kills gemacht Bist echt zwei von ihr? Ich hab nix gemacht Ja, ich hab ja auch keine Kills gemacht Ja, ich hab ja auch keinen gemacht Maurice und Astro haben die letzten Kills gemacht Ich schreibe Patrick in Whatsapp, weil er gefragt hat wann ich Playstation online komme Ich schreibe ich mach grad Road to, also RTC, er schreibt Ist das lecker So aus Spaß halt, weil ich so geriecht Ich glaub schon Ich glaub dir, dass du einen kleinen Kopf hast Ja Ja, aber Oh Gott Meine KD, die sinkt und sinkt nicht 3,19 stabil Ja, siehste mal Ja Erik, ich bin nicht so ein Vollzeit-Spacko wie du Der dauerhaft auf seine Einser-KDs heruft Ich sag dich Nein Ich hab schon gesagt 1-1er, Alter So ein Opfer, Alter Ich sag Ich hab 1-1er gesagt, du Lappen, Alter Hörst dich spät Hörst dir an, wenn's auf Youtube bist, du Opfer, Alter Äh Erik Hörst dich nachher, ich spür aus dem Plan Ey, Fack Ey, Erik, ich wollte dir noch antworten mit deiner Nachricht Ähm, nein, ich will mit dem nicht boosten Auf einmal wär ich noch gewandt Wie du mit deinem anderen Account, dazu hab ich keinen Bock drauf Sorry Ey, Erik, ich wollte dir noch antworten mit deiner Nachricht Ähm, nein, ich will mit dem nicht boosten Auf einmal wär ich noch gewandt Wie du mit deinem anderen Account, dazu hab ich keinen Bock drauf Okay, Maurice, Dankeschön Kein Ding, wenn du keinen Bock hast mit mir zu boosten Stefan's Hund ist grad im Rage-Mond Ey, was war denn mal so ein richtig lustiger Fail Bei dem wir uns noch jahrelang drüber lustig gemacht haben Was der Erik mal gebracht hat Das war doch mal irgendwas Face Oh mein Gott, das kann ich jetzt erzählen Das erzähl ich jetzt, oder? Also meine sehr geehrten Abonnenten und Abonnentinnen Und dann alle Shemails, die es da noch so gibt Ne, und zwar, alle kennen ja, das kann ich ja eben auch so erwähnen Alle kennen ja den Face-Clan, den Sniping-Clan Das stimmt nicht, was er sagt Es gibt ja diese Face-Illcams, da zeigen die ihre krankesten, ähm, Abschuss-Serien Diese, äh, Abschuss-Kameras meine ich, diese so hatten Und der EA-Extremes, der hier in der Party ist, der Spezialist, er hat es wirklich fertig gebracht Zu denken, dass Face-Illcams ein Member ist Und hat letztens rausgehauen Äh, Jungs, schaut mal, Face-Illcams hat ein neues Video hochgeladen Und seitdem machen wir uns einfach so drüber lustig, alter Der hat letztens fast geweint, alter Ja, äh, tut es wahrlich, ähm, man hätte ihm gedacht, dass er... Oh mein Gott, ich wäre einst, Arya Nö, das ist denn lustig, Arya Nicht lustig Ja, hab ich mit Maul Ich war länger drüber gelacht Boah, Arya, wir können noch was für den hier kommen Ja Ich hab gleich Arya Ich kann auch noch was erzählen Hier, die ist ja kurz afghan Äh, auf der Stelle Erich Erfind keine Geschichten, alter Könnte ich echt machen Ähm, mal Er wollte mal was sagen Erich Sei leise, sonst stelle ich dich auf stumm, alter Das will kein Mensch hören, er findet irgendwelche Geschichten Ja, ich erfinde Genau Ich erfinde Mach ich gleich Erst muss ich eine Sache erledigen Ja, aber So, Jungs Ich hoffe, ihr nehmt's mir nicht übel, meine lieben Abonnenten und Abonnentinnen Aber ich musste den Airtreams jetzt leider auf stumm stellen Ey, da boosten zwei Elf, Null Was für Gammelköpfe, alter Boosten die hier Ey, holt ihr mal die da boosten, ey Ey, ich hab mein AC und Sterbi Ich hol mir die jetzt erstmal Lappen Lappen 17-0 Opfer Ich bin grad Oh, komm, alter Ich hasse ab Er ist um die AC da drauf Vom Erik Vom Erik Äh, bis dahin ist meine AC glaub... ja, ist schon weg Ey, der Typ ist so schlecht, der er geboostet hat Er hatte eben noch 17-0 Mit erboosteten Kills Und das hat er 17-3 Der kriegt halt nix hin Ja, du hast aber nicht geboostet Siehste, er kriegt ohne boost nix hin Lappen Soll ich denn jetzt langlaufen, alter Überall tötet mich, sonst der Harrier door Tchüch, wie viel hat den der gekillt, alter Übertreib halt Lappen 4N1 Lappen 4N1 4N1 Passt Nein, der war vor mir Er hat kein 4N1 gemacht Der hat kein 4N1 gemacht Nee, der hat ganz schnell vier Stück gemacht. Der hatte kein Vier-Netz. Ich war direkt nebendran da. Da ist ein oder zwei so gekillt, weiß ich nicht. Schwör. Schwör. Schwör auf Big Mac, sein Cousin. Auf sein Cousin. Cousin. Ich bin tot, ey. Eins von Jürgen. Nicht. Bam. Okay. Da ich jetzt die E-Extremes auf Stumm hab, und das hab ich nicht gemacht, weil die Geschichte nicht stimmt und er dann alles erwidert. Nein, weil er mir sonst wieder dazwischen labert und mein Hund labert mir auch dazwischen. Ich fick danach die Bosse, ne? Nicht was? Und zwar war ich mal beim E-Extremes. Wir kennen uns auch im Real Life. Falls ihr das nicht kennt, ich poste es mal in der Beschreibung. Ich war bei dem. Wir haben da so ein bisschen gechillt. Der, die ist das, weiß ich. Ja, und dann kam's. Er hatte so eine gammelige Holztür, die schon fast vom Angucken auseinanderfällt. und, ja, keine Ahnung, ich hab ihn ausgesperrt aus seinem eigenen Zimmer, hab die Tür zugedrückt und er hat sich dagegen geschmissen und er hat sich dagegen geschmissen Ja, Mann, das gibt es. Ich könnte das Video mal in der Beschreibung posten. Aber das kennt ja kein Mensch, Alter. Aber nee, das will ich nicht erzählen. Ja, auf meinem alten. Erzählen will ich das nicht, weil das ist schon ein bisschen, das ist sogar für mich peinlich, obwohl ich gar nichts damit zu tun habe, ey. Ja, am meisten von, weil du das einen weißen Zentimeter Mörderkopf hast. Mhm. Das ist ja nicht mehr so ein Kurs, oder? Das ist zwei Ironie, du Sepp. Das würde ich nicht sagen, oder? Ich hab hier so ein Bunch, oder? Ich hab hier so ein bisschen zu tun. Da mal ich nicht dran, ey. Ein Riesenkopf? Ja, den hast du, Maurice. Ey, ich hab also gar nichts mehr. Nee, Erik hat mir mal eine Nachricht geschickt. Da stand drin, wie lang sein Penis ist. Und er schwört auf seine Mutter und hat nachgemessen. Aber genaueres will ich dazu nix sagen. Weil, wie gesagt, ich schäme mich dafür, obwohl ich damit gar nichts zu tun habe. Es ist schon Demütigung pur. Äh, nein, nein. Oh, nein. Tschüss, er neifet den Schland. Alter, ich geb dir den Nosekopf mit der Pharmaus. Ja, schön. Spawnt alle neben mir. Oh, Mann. Ja, er hat mich auch getuped. Meine Farmer schießt mit unsichtbaren Kugeln, Alter. Ich hab Diamant-Handung auf meine, ähm, Semtex. Damit könnte man ganz Afrika ein Jahr lang ernähren und ich schmeiß eine Granate. Sowieso. Sowieso. Sinnlos, Alter. Die haben... Diamant-Waffen, Alter. Wenn der Soldat stirbt, liegt sie da rum. Also, jetzt mal im Real-Life-Angelo. Ja, das ist recht sinnlos. Dafür, für diese Soldaten. Ja, Mann. Der... Ne, der ist dann vorsichtiger. Das ist so ein... Das ist es, was die bewegen wollen. Ehe, X-Fanboy, X-Dreams. Jetzt hab ich gleich keine Ammo. Ich auch. Und meine Ammo ist gleich leer. Ich sterb sowieso. Doch nicht. Ja, Nuke. Ich spiel... Harrier, Oisi, and... Ach, schock. Ja, was sonst? Ich sterbe. Ja, danke. Ich hatte auch deine Waffe genommen. Aber ich bin trotzdem gestert. Tschüch, was ist das für eine Party, Alter? Alter, ich bin doch zufrieden. Er lasse Erik blockieren und alle seine Vorräte nehmen. Das wär evil, Alter. Erstmal müsst ihr mir den blockieren. Das hört man gar nicht. Da, ich geh hier. Oh Gott. Komm, hör der hat. Mach dir's echt grad? Ich hab dir den echt blockiert. Ihr seid ja so Wichse, Alter. Nee, ich hab's jetzt auch gemacht. Oh mein Gott. Ist richtig lustig, Alter. Ja, man kann sich ja bei ihm bedanken. Er chill den Burger-Town, Alter. Ist ja nicht fett genug, Alter. Nein. Äh, aber bei... Bei, ähm... What? Materium töte ich mich, Alter. Bei Fort Delta One geht es mit nem Care-Package-Abschussserien ein Scheißgelaber in den Nix. Ja, ich auch auf die Xbox, Alter. Er hat Pille, Alter. Wie lang ich, wie der braucht. Er verreckt einfach nicht mit seinem Fettkopf, Alter. Ja, alle haben Pille. Guck mal. Elf es ist, Alter. Ja, ich hab's nicht mehr. Ja, ich hab's nicht mehr. Ich hab's nicht mehr. Ich hab's nicht mehr. Ich hab's nicht mehr. Okay, alle haben. Ach, weg, komm. Alle haben, alle haben. Gut. Nein, da hat er. Ja, gut. Ja, gut. Ja, Daniel, wenn du Newcast ist am Schluss, activate ihn. Weiß der schon. Ich spray so rum, gell, obwohl ich keine Muni mehr hab, Alter. 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 Daniel, wenn du Weapon brauchst, sag Bescheid, Ollo. Oh, Mann. Ey, Mann, no. Ich hab mir jetzt auch gemütet und verleckert ihn ab. Na, du Famous, Alter. Irgendwann hab ich das Gefühl, ich hätt ihn schon mal in der Belli gehabt. Ich versonne. Okay. Oh, Tyll, Alter. Drei Headshots, Mann. Wie ein Biest, ey. Lappen. Tyll, hast du grad aus? Ich weiß nicht. Alter. Schwachkopf. Ich hab nicht die Köpfe rausgebracht. Ich find's mir geil, wenn der jetzt aufregt. Hey. Schwachkopf. Könntest du Daniel knuddeln, wenn er sich aufregt. Ich mach Handstand und spiel, Alter. Dann spielen wir mit den Füßen. Ich mach Handstand im Stehen, äh, im Sitzen. Echt? Ich hab wieder Harrier. Ich hab wieder Harrier. Ich hab wieder Harrier. Ich hab wieder Harrier. Ah, ich war kurz vor Harrier. Ich sterbe. Oh, er gibt ne Harrier. Wen war die Harrier? Erik. Ne, keine Ahnung. Ich weiß genau, wie er mir jetzt aus 것을 zähten kann. Mach schnell könnte ich. Okay, Jungs Chillt mal ganz kurz Endscore ist 50 zu 17 Es ist am Start, ist natürlich richtig Unstabil Ja, Jungs, das war's, Road to Commander Ich hab's schon wieder vergessen, glaube ich, Folge 16 Ich hoffe, euch hat's gefallen Wenn ja, lasst einen Kommentar da Jo Also, ich bin weg Ein Spiel, Ollum, ich hab 28 Minuten Recorded Also, hau dir rein, Jungs, bis demnächst, Servus